Seit ein paar Tagen auch Star Stable auf dem Handy. Für den Anfang finde ich es nicht schlecht. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das jetzt auf dem Handy erstaunlich gut umgesetzt haben. Das war auch so eine Sache, das wollte ich auch mal noch ausprobieren. Und zwar wollte ich auch mal Star Stable auf dem Handy quasi aufnehmen und dann mal Videos dazu hochladen. Einfach mal so ein bisschen Gehversuche bzw. Reitversuche auf dem Handy machen. Suche neben einer Wohnung und dann findet man was Tolles und im Kleinen steht, bitte keine Hunde. Vielleicht, es kann ja sein, dass vielleicht der Person, der die Wohnung gehört, dass sie vielleicht eine Hundehaarallergie hat oder sowas und deswegen das nicht möchte. Abgesehen, dass ich immer noch Stimmungsschwankungen habe, ist bei unserer Arbeit die Hausdame am 10.10. überraschend gestorben. Ich habe eine leichte Erkältung, die aber nebensächlich ist, hatte vom 12.10. bis 15.10. Urlaub. Ach, das heißt, jetzt bist du ganz frisch, hast du jetzt heute den ersten Tag wieder gehabt. Ich finde immer den Einstieg nach dem Urlaub so schwer. Also selbst jetzt, wo ich gerne arbeiten gehe, war es halt echt letzte Woche Mittwoch, ne vorletzte Woche Mittwoch war so, äh. Aber das ist natürlich, ähm, die Haus, was machst du nochmal, wenn du sagst, die Hausdame ist gestorben? Kann man das da nicht etwas, ja, das stimmt natürlich. Etwas weniger, ja, das ist klar. Ja, das ist natürlich dann, wenn man, wenn einem, wenn man alles sich schon durchgelesen hat und man denkt sich, hey, die Wohnung ist richtig toll, die wird mega gut zu uns passen und dann steht dann unten, bitte keine Hunde. Und dann denkt man sich, oh, okay, jo, hätte ich mir sparen können, mir das durchzulesen. Also das ist dann klar verständlich. Ach so, heute hattest du Freie am Morgen wieder um 6.30 Uhr auf der Matte stehen. Ach je. Also wie gesagt, ich finde immer den Anfang, ich finde es unheimlich schwer, dann sogar den, den, den Wupp dicht zu kriegen, sagt man bei uns im Siegerland. Ähm. Ja, also den Aufstand zu kriegen und sich dazu zu motivieren. Bei mir war es sonst halt auch immer, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock auf die Arbeit und jetzt, jetzt war es halt so, dass ich auf der einen Seite gesagt habe, hey, ich freue mich eigentlich auch wieder drauf, aber, oh, das frühe Aufstehen dann wieder, das war dann das, was mir schwer gefallen ist. Bis im Hotel Frühstück tätig. Ah. Oder Hotel Frühstück. Ah, das ist dann natürlich auch, das, das klingt jetzt so für mich, dass sie dann auch irgendwie so eine eingeschworene Gemeinschaft sei, dann ist das natürlich auch, ähm, nicht schön, wenn dann sowas passiert. 0% Potenzial. Guck, da ist sie austrainiert. Das passt sich ja perfekt hier. 0% Energie, 0% Potenzial. Wie die Faust aufs Auge. Besser könnte es gar nicht sein. Besser könnte es gar nicht sein. So, jetzt kann die Quinenza auf die Weide, jetzt hat sie ja kein Potenzial mehr, ab jetzt wird sie auch wieder was fressen können. Sehr schön. Jetzt kriegt das arme Pferd wieder was. Muss nicht mehr verhungern. Die kleine Gold Breeze, die immer noch da drin steht. Bei wem hatte ich noch mal vergessen den Namen, den Buchstaben, den Buchstaben, Malibu, genau. Bei Malibu hatte ich es vergessen, da muss ich mal noch den Anfangsbuchstaben groß schreiben. So, guck, jetzt kriegt sie wenigstens mal wieder Timothy. Hey, haben wir ja ein bisschen was gefunden unterwegs. Ich muss auch mal gucken, wann unser Fohlen groß wird. Da hatten wir jetzt auch überlegt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie nennen soll. Wir hatten Melody Heart, hatten wir als Vorschlag. Was hatten wir noch? Ich weiß gar nicht, was wir noch für einen Namensvorschlag hatten. So, was trainieren wir denn heute bei ihr? Springen haben wir schon trainiert. Ne, Ausdauer haben wir trainiert. Dann trainieren wir bei ihr jetzt das Springen. Ah ja, Liberty und Octavia hatten wir noch, genau. Oh, ich bin echt... Da hatten wir Liberty, Octavia und Melody Heart. Ich weiß echt nicht, wie wir sie nennen sollen. Lass uns das, glaube ich, dann entscheiden, wenn wir sie in groß sehen. Und dann sehen wir vielleicht nochmal besser, welcher Name zu ihr passt. Ach ja, und Oreo würde ich, glaube ich, ver... Nicht Oreo. Wie heißt denn der Schwarz-Weiße bei mir nochmal, der Schecke? Ich komme gerade gar nicht drauf. Den würde ich, glaube ich, tatsächlich verkaufen. Oh, Orchard Grass Samen. Zweimal sogar. Oh, cool. Der Shiro, genau. Ich glaube, den würde ich tatsächlich verkaufen. Weil ich habe ja jetzt den Smoky Black. Gab es schon lange keinen Stream, oder habe ich den in letzter Zeit verpasst? Ähm, doch eigentlich. Also ich habe letzte Woche, habe ich vier, vier gemacht. Ich glaube, vier. Ähm, die Woche davor war ich im Urlaub. Die Woche davor hatte ich Urlaubsvorbereitungen. Es klingt doch, als ob ich dauernd im Urlaub wäre. Aber dafür hatte ich das ganze Jahr über noch keinen Urlaub, seit Weihnachten. Ähm. Und davor eigentlich auch so drei, vier Mal die Woche. Also es ist jetzt, also zwei Wochen. Zwei Wochen sind die Streams weggefallen wegen Urlaub und Urlaubsvorbereitungen. Stark Guide. So. Ach ja, stimmt, da hinten links. Aber, ähm. Es kann auch sein. Dann habe ich nur einen verpasst. Ja, dann passt das ja. Ich habe vorhin schon gesagt, ich freue mich total auf den Urlaub. Das wird richtig cool, das Erlebnis. Ich werde auch meine Kamera mitnehmen und Fotos machen. Aber, ähm. Es ist total blöd, dass ich dann halt schon wieder so lange nicht streamen kann. Und dass ich dann nicht zum Sport kann. Hm. Genau, 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 der Shiro. Also den Shiro werde ich dann sehr wahrscheinlich, ähm, verkaufen. Da ich jetzt, wie gesagt, meine, meine Smoky Black habe. Wie wäre es mit Moonlight Shadow oder Morningstar? Da ist mir gerade eingefallen, als du von den Namen geredet. Moonlight Shadow. Moonlight Shadow, ganz ehrlich, das fände ich ziemlich geil. Ich liebe das Lied total. Ähm. Und ich finde den Namen auch zu dem Pferd passen, weil das ja so grau-weiß gescheckt ist. Und, ähm, das, das finde ich, das finde ich echt, also den Namen finde ich, glaube ich, so zum Pferd an sich, gerade am passendsten. Wobei Octavia ja auch grau ist. Aber Octavia wäre da vielleicht wirklich für ein komplett graues Pferd ein Name, den wir uns dann im Hinterkopf behalten können. Weil den finde ich auch sehr cool. Aber ich glaube, also Moonlight Shadow fühle ich gerade irgendwie richtig. Stimmt, ist die Frage, ob der von der Länge her reinpasst. Das stimmt natürlich. Ansonsten müssten wir sie, könnten wir sie, ähm, schlicht nur Moonlight nennen. Stimmt, das dürfte von der Länge her, dürfte der Name als kompletter Name zu lang sein. Hä? Echt? Habe ich alle schon übersprungen? Ja, krass. Und der Moonshadow, ja, Moonshadow würde auch gehen. Aber Moonlight spricht sich, äh, flüssiger. Ich glaube, die ist auch für den Werten ganz gut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer der ihr Papa gewesen ist. Wen haben wir denn da gezüchtet? Ich weiß es nicht mehr. Wen haben wir da verpaart? Müssen wir nochmal im, äh, im Stammbaum gucken. So, jetzt haben wir gleich, jetzt können wir gleich noch ein Turnier reiten. Zwei. Ich glaube, ich würde zwei Turniere reiten. Ich glaube, ich würde tatsächlich sogar zweimal Range, also Riverschein reiten, um die Statue aufzuladen. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit die momentan ist. Wir sind ja jetzt nicht weit von der Statue weg, dann lassen wir uns doch mal eben schauen. Wie weit die ist. Also von hier hinten sieht sie sehr leuchtend aus. In dem Fall dürften wir natürlich, ja, die, die, die glüht richtig. Nee, da müssen wir mit Picasso dahin. Dann reiten wir heute kein Turnier. Dann wird jetzt gleich Picasso geholt. Was wollte ich mit Picasso denn noch trainieren? Eher Speed oder eher Ausdauer? Speed könnten wir heute noch trainieren. Ausdauer können wir heute nicht mehr trainieren. War zum Glück eine Online-Vorlesung. Ja, dann geht's, ja. Dann willkommen im, also in Gänze. Und nicht mehr nur im Lörkron, ja. Ja, nee, wie gesagt, dann müssen wir mal gucken. Ja, Speed könnten wir tatsächlich, könnten wir machen. Stopp, falsche Richtung. Dann könnte Picasso... Oh, hier können wir noch wieder was ehren. Ja, 83 Speed. Ja. Kämme ja bei 93 Speed raus. Das ist schon krass. Ja, komm, ich würde sagen, dann würden wir tatsächlich, glaube ich, Speed trainieren. Dann reiten wir jetzt zur Statue, laden die 10% Potenzialpunkte auf, trainieren die direkt für Speed runter. Dann hat er 93 Punkte auf Speed. Und dann müssten wir eigentlich mit ihm morgen hoffentlich Crystal Lake Expert schaffen können. Das wäre auf jeden Fall cool. Picasso, so ein süßer Name für das Pünktchen. Ich finde das auch so süß, weil einfach dieser kleine Fleckenpudding, das passt halt einfach irgendwie so gut. Der kleine Künstler hier. Der Künstler vom Dienst. Da müssen wir auch mal noch ein schöneres Set draufpacken eigentlich. So! Oh! Picasso gains 10% Potenzial. Schön! Du armes Tier, jetzt musst du wieder ran. Und vor allen Dingen sieht das ja jetzt so schick aus, ne? Der hatte ja vorher, hatte der ja nur einen kurzen Schweif und die kurze Mähne. Jetzt passt das ja schon viel, viel besser bei ihm. Warte mal, da können wir jetzt eigentlich, genau, da können wir jetzt im Arbeitsgalop dahin reiten. Dann kriegt der ja auch schon Speed. Oh, richtig gut. Vielleicht können wir dann heute sogar noch ein Turnier reiten. Aber richtig gut. Das ist auch blöd, wenn ich den dann eigentlich ja gerne verpaaren möchte mit Quinensa. Ähm. Dann kann ich den ja wieder nicht reiten. Na gut, wenn wir Glück haben. Was ist nochmal das Mindest, die Mindestanzahl an Tagen, die wir warten müssen, bis wir ein Pferd, also bis ein Fohlen da rumkommt. Und ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ich bin echt am überlegen, ob ich dann Rain verkaufe. Weil jetzt, wo Rain kein Flexen mehr hat, weiß ich nicht. Oder halt Remedy. Weil Remedy und Rain, die sehen sich halt sehr, sehr ähnlich. Dann würde es eigentlich mehr Sinn machen, Rain zu behalten, weil Remedy von den Werten her ein bisschen schlechter ist. Remedy ist da richtig cool. Aber zwei Pferde zu behalten, die sich so ähnlich sehen, das macht einfach keinen Sinn eigentlich. Das ist halt so der Punkt. Also wenn die Stute trächtig ist, dauert es sieben Tage. Trächtig werden kann sie auch jede Nacht. Genau, der Hengst, genau. Der kann wieder geritten werden, sobald sie trächtig ist. Also das kann schon nach einer Nacht passieren. Brauchte der dafür eine gewisse Prozentzahl an Energie noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, die kann auch trächtig geritten werden, nur nicht an Turnieren. Auch wenn sie das Fohlen hat halt. Und wenn sie das Fohlen hat, dann kann sie auch wieder bei Turnieren starten. Und das Fohlen sollte man trainieren, sobald es im jungen Erwachsenenalter ist, weil es da noch kein Potenzial verliert täglich.